Hallo Leute! As you can guess, ich bin nicht in meinem Zimmer, weil ich einfach dieses Intro und Outro drehen muss. Morgen kommt schon mein neues Video online und ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, innerhalb von einer Woche dieses In- und Outro zu drehen. Deshalb hier. Auf jeden Fall, dieses Video wird ein kleiner Lookbook. Ich weiß noch nicht, ob es ein Frühlingslookbook ist oder keine Ahnung was für uns. Auf jeden Fall ist es ein Lookbook und genau. Dann kommen jetzt vier Outfits, wenn mich nicht alles täuscht. Vier glaube ich ja. Genau. Outro 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017